bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, meine lieben Geschwister. Ich wollte euch nur sagen, heute ist der 28. Schaban, nicht der 29. Schaban. 29. Schaban ist nach Kalender. Und da habe ich selber einen Fehler gemacht, weil ich heute gesagt habe, dass entweder morgen oder übermorgen das Fasten beginnt. Ich habe eben gerade im Moment mit einem Dozenten von der Jamia Umul-Kurra, von der Umul-Kurra-Universität gesprochen. Ich habe immer, ihr müsst wissen, ich habe immer Kontakte in Fushyuk, in mehreren islamischen Ländern wegen diesen Sachen. Und deswegen, das Fasten beginnt erst am Freitag oder am Samstag. Wenn morgen der Mond gesehen wird, beginnt das Fasten am Freitag. Und wenn morgen der Mond nicht gesehen wird, beginnt es am Samstag. Und die, die nach dem Mond Berechnung gehen, fangen sie sowieso am Freitag an. Und ihr seid trotzdem unsere geliebten Geschwister. Assalamu alaikum. 1. 1. Zahra Al-Fatihah Zahra Al-Fatihah